Ich grüße dich herzlich. Ich möchte gerne nochmal über die Pause, also Menstruationssikel, wenn aufhört, über diese Pause zu sprechen, näher an das Thema zu kommen, weil die Frauen sagen, okay, jetzt weiß ich den Grund, was kann ich da machen, wie kann ich rückgängig machen. Und es ist möglich, das ist wirklich so. Ich habe mitbekommen, dass viele Menschen trauen sich, so etwas nicht zu sagen, aber ich weiß, dass das rückgängig möglich ist, weil ich erlebe oft solche Prozesse, wie zum Beispiel Kinderwünsch, und die Partner wünschen sich seit Jahren Kinder und bekommen keine Kinder, und dann verändern sie ihre Sichtweise und einfach alles, was sie so machen, auf 180 und dann nach gewisser Zeit bekommen die Babys. Da, wo die Ärzte gesagt haben, ihr kriegt keine Kinder mehr, es ist auch nicht möglich, bekommen die. Auch habe ich Frauen erlebt, welche einfach Menstruationssikel wiederbekommen haben, und das ist normal. Das ist normal, weil unser physisches Körper regeneriert sich, weil es erneut sich, und weil dieser wunderbare physische Körper kann uns lebenlang wunderbar unterstützen, in allem, was wir wollen, aber in alles, was wir wollen. Und hier gehe ich zum praktischen Anleiten, wie machst du das, dass du deine Menstruationssikel bekommst. Jetzt ist die Frage, magst du die wirklich sehr? Erinnere dich, als du, Junva, wie hast du das wahrgenommen, wenn du Menstruation hattest? Möchtet ihr gerne oder ihr habt immer gejammert und abneigend gehabt? Das ist sehr wichtig, weil wenn Menstruation ist gekommen, war ich und bin ich voll dabei und klar und dankbar dafür, dass mein Körper kann jetzt sich auch reinigen in dieser Phase. In diesem Moment merke ich, dass ich weniger essen möchte. Dafür allgemein, der Darm reinigt sich viel besser und Limpfe reinigt sich viel besser. Ich merke in diesem Moment, dass mein ganzer Körper einfach mehr Flüssigkeit nach draußen bringt und erneut diese Flüssigkeit. Das ist so ein harmonischer, bedienter Prozess, da wo ich einfach staunt so beobachtet und gespürt habe und spüre in meinem Körper, wie es verläuft. Und dieser Prozess, was ich spüre dabei, das ist eher verbunden mit dem, ich denke, wow, jetzt ist quasi mein Körper rein und bereit zur nächsten Möglichkeit, vielleicht doch Mama wieder zu sein und, und, und. Und ehrlich gesagt, ich bin von meinem ganzen Herz offen dafür, was es kommt, wie es kommt. Und ich bin sehr dankbar. Ich habe jetzt kleines Kind und ich genieße das. Und ich weiß, dass auf der Erde gibt es nicht schönste Erfahrungen, welche wir durch Kinder machen können. Dankbar Mutter zu sein, kann ich erleben, da die Tiefe, die Tiefe des Alles, was an mich ankommt, egal um was es geht. Meine Berufe, mein Körper, meine Erfahrungen durch die Ernährung, meine persönliche Erfahrungen, ich als Wesen, als inneres Kind in mir lebt. Es ist durch jedes Kind, das ich bekommen habe, erfahre ich tiefer und tiefer und tiefer. Und das ist großartig. Und das ist jetzt die Frage, möchtest du deine Menstruationssickel? Wenn du die einfach so, 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 la, la gefunden hast und übergabt negativ gesehen hast, dann programmierst du dich schon, negativ Widerstand, Abbauenswert, das sollte man ändern. Nächster Aspekt, wie ernährst du dich? Dein Körper entsteht aus Röhrchen. Es bedeutet, da muss die Flüssigkeit fließen. Erstens, man braucht viel gesundes, strukturiertes Wasser. Nächster Aspekt, man braucht auf keinen Fall gekochte Nahrung und schon gar nicht tierische Produkte, weil es ist genau schleimbildende Produkte, welche verschleimen den Körper und einfach erschweren den Durchfluss von Energie und von Flüssigkeit. Und das verändert die Stoffwechsel und das verändert das Hormonalsystem. Das ist der nächste Aspekt. Also ernährung und stellen auf lebendige Nahrung. Dann, wie oft fastest du? Wieso fasten? Ganz einfach, durch die Fastenzeiten helfen wir Körper, dass alle Abfälle rauszubringen, dass die Röhrchensysteme unsere physischen Körper rein sind und dass wieder alles fließen kann und dass die einfach die Prozesse laufen, brauchen wir einfach Pause für unser Verdauensystem. Dann nächste, Bewegung. Bewegung ist sehr, sehr wichtig, weil die Lymphen arbeiten durch die Bewegung und natürlich der Atem ist sehr wichtig, weil durch die Bewegung unserer Diaphragma arbeitet der obere Teil unseres Lymphsystems und das ist der Aspekt der Bewegung, der Lymphsystem, der Kanalisationssystem, welcher ermöglicht, dass da alles fließt, dass du übergabte Stoffwechsel in Ordnung halten kannst und dass du das Milieu in deinem Körper halten kannst, dass da alles laufen kann und umgestört laufen kannst. Deswegen Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Lymphdrainage, Bewegung und Parfusslaufen, das sollte wirklich sein. Wie gesagt, ich habe Wasser angesprochen. Man sollte nachfragen, wie wir stehen zum Wasser, wie viel Wasser wir am Tag trinken und das ist auf keinen Fall vergessen, dass wir aus 90 Prozent Wasser unsere Körper aufbauen. Deswegen ist es das wichtigste, größte Element in diesem physischen Körper und das Bedürfnis vom Wasser tagtäglich ist enorm groß und von Tag zu Tag unterschiedlich, je nach Verbrauch. Nächster Aspekt ist Stress. Wenn ein Mensch in Stress steht, verkrampter Körper geht im Sympathikus-Modus und das bedeutet, aktiviert die Produktion von Cortison und Adrenalin und das bedeutet, Adrenalin steigt so hoch und Adrenalin, wenn Nebenniere produzieren, unterdrücken die Produktion von anderen Hormonensystemen und das bedeutet, wenn wir das hormonale System nicht im Parasympathikus-Modus bringen können, dann arbeiten unsere Fortpflanzenorgane nicht richtig und dann irgendwann wird das so lahmgelegt, dass es nicht weiterlaufen kann. Ich versuche das wie möglich einfach dir zu erklären, dass du ein gemeinsames Bild hast, wie es läuft. Neben Nieren, wenn Adrenalin produzieren, arbeitet das hormonale System nicht richtig und diese ganzen Reproduktionorgane, die werden gesteuert durch Parasympathikus-Modus und deswegen Entspannung, Entspannung, Entspannung. Das ist das Wichtigste, was wir alle brauchen, alle Kinder, Erwachsene, ältere Menschen. Wir sollen öfter im Entspannungsmodus sein. Ja, und der nächste Aspekt, das ist deine Willenskraft. Wenn du willst, Frau zu sein und immer bereit dafür, Frau zu sein, dann wirst du einfach offen zu sein für alles. Alles, was kommt, auch die Kinder. Also Kinderwünsche bis zum letzten Moment. Und graus mir, es ist das Schönste, was passieren kann. Deswegen, wenn ich würde sagen, du hast keine Menstruation, Schritt für Schritt, was würde ich machen? Ich würde erst ganzheitlich Körper reinigen. Kennst du mein Buch, kannst du allein zu Hause machen. Dann würde nach der Reinigung Fasten machen und parallel das allem natürlich Ernährung sofort auf lebendige Nahrung umstellen. Und nicht ein bisschen portional, sondern sofort 100 Prozent auf Rohkost gehen. Auch dafür zu Verständnis haben, dass kommen Löcher, schwarze Löcher, also Erfahrungen mental und physikalisch, da wo du dich nicht gut fühlen kannst. Und dafür Verständnis haben, bevor es besser wird, wird es schlechter, weil es alles raus muss. Und das alles, dann würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, nach der Ernährung stellen, nach ganzheitlichen Reinigung, Fasten, einfach dabei bleiben, mehr bewegen und mehr Fokus bei sich halten. Und du wirst sehen, du bekommst deine Menstruation wieder. Du bekommst Energie. Aber das passiert erst nach eineinhalb Jahren ungefähr, weil der Körper wird im Reinigungsmodus lang bleiben. Wenn du 50 Jahre, 60 Jahre bist, dass es eineinhalb, zwei Jahre dauern. Wenn du noch älter bist, dann kann es längere Zeit dauern, weil die Organe, die degradieren sich auch. Die Eierstöcke, die trocknen sich aus. Das muss auch der Körper wiederbeleben, wieder alles erschaffen, wieder wachsen lassen. Dafür braucht es Zeit. Bevor der Tier die Fortpflanzungsorgane wiederbelebt, der muss wiederbeleben, Darm, Leber, Nieren, Bindegewebe, die ganze Haut, Knochen. Verstehst du, das ist das Wichtigste. Und dann kommen am Schluss Fortpflanzungsorgane. Und deswegen bei manchen Menschen ist es eineinhalb Jahre, beim anderen drei Jahre. Aber es kommt. Es kommt wieder und es kommt Energie. Unendliche Menge an Energie. Bleib dabei. Ich wünsche dir vom ganzen Herd alles Liebe. Ciao. 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 Ciao.